So, wir kommen wieder mal jetzt zum Sexy, aber ein kleiner Versuch für den Thomas Arby. Und zwar, wie man sehen kann, habe ich bereits einen Titrabag mit Wasser aufgebaut und versucht dieses einfach mal, meinen Katana von Jürgen Mohanso zu kappen. Also wenn wir mehr wissen, das ist mein allererster Versuch. Das ist mir strafreundlich, wenn es nicht geht. Ich würde jetzt mehrere Versuche durchführen und dann wird man es. Also, ja. So, komm mal jetzt. Ich glaube, das ist die Nummer-Fähre-Karte. Naja. Wenn das drückt. Okay. Wenn das passt, dann muss ich einfach, wenn das drückt. Ich schätze mal, wenn das nur drückt. Ja, ich bin sehr schnell. Wow. Ich bin schlecht. Ich bin nicht knapp. Ich habe das alles, was wir tun können, es ist keine risque. Bis dann wirklich. Das ist die Unterrichtung, die unten fährt, aber wie man sieht, schmeldet es wunderbar. Okay, dann würde ich das nochmal nach vorne und dann mal testen. Das ist ja echt schwer, sagen wir mal. Das ist ja genau zu nicht. Hier, so wie es aussieht, war der Schnitt gar nicht schlecht, war sehr erfolgreich. Sieht auch ganz gut aus. Ich versuche es jetzt einfach nochmal von der anderen Seite ein Stückchen abzuschneiden. Und probiere dann die anderen Milchkartons aus und zum Schluss vielleicht versuche ich den Karton herbekommen zu cutten. Ja, im Prinzip eigentlich scharf das Schwert ist aber nicht. Thomas, wenn dir irgendwas dazu vereinfällt, Verbesserungsverschläge oder du sagst ja, dein Schwert ist nicht scharf genug oder was auch immer, dann lass das mich einfach wissen. Ich wäre dankbar und jede konstruktive Kritik. So, dann probiere ich das jetzt nochmal. Ich bin ein sehr erfolgreicher Kart. Ich bin jetzt wirklich begeistert. Ja, jetzt versuchen wir hier einfach mal den nächsten Lechkarton A3 Rolls, also A3 Rolls in A3 Format Den schaffe ich mir dabei auch schon recht gut A4 fliege ich mich immer noch ein bisschen schwer Aber naja, machen wir einfach mal rein, bis bald rauskommt Ich probiere jetzt noch mal einen Schrägen-Schnitt und danach im Anschluss, dass wir hier und hier und das Tetrapport einfach mal gerade zu tun und das ist ein Schrägen-Schrägen-Schüßes Nichtsversteuer Mhm Das ist jetzt immer locations oder das ist coisas ja Ich bin jetzt wie vor das sieht aus Ja Hier ist jetzt drin Bühle ...eine Prostocken. Das macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, klar ist man nass, aber der Vorteil dabei ist, ich bin jetzt gerade in der Garage und bin ziemlich stark im Boden, ich kann einen super auskehren und bin dann in einer relativ sauberen Garage, das macht das wieder mehr Vorteil, ich bin jetzt gerade an der Garage und das ist ein schönes Acht, ich bin jetzt einfach ein kleiner Stück über die hinzukehren und das ist ein normales und das ist einfach mal, ich bin jetzt einfach ein paar von mir frei, aber Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.